Und damit begrüße ich euch recht herzlich zu einer weiteren Battleground-Episode. Wir befinden uns hier im Auge des Sturms, wie ihr so schön sehen könnt. Und, wuh, ja, es geht auch direkt schon los. So lobe ich mir das, so lobe ich mir das. Und ja, Auge des Sturms, endlich mal ein anderes BG als Tempel von Katmogu. Ich kann es nicht mehr sehen, es ist einfach nur zum Kotzen, jedes Mal in diesem Scheiß-Tempel da zu kämpfen, um diese Kugeln zu sammeln, ist einfach nur nervig. Und jetzt mal wieder was anderes, hier, Tempel von Katmogu. Ist, äh, ja, nice. So, jetzt gucken wir aber erstmal, erstmal gucken, was wir machen, ne? Also, so, der Krieger bleibt da. Mondblut, oh, Mondblut, Mondblut, wie nennt er sich? Und mein Battleground-Target funktioniert immer noch nicht. Super, super. Ich weiß nicht, wieso. Leute, habt ihr das Problem? Auch, falls ja, schreibt es mir in die Kommentare, was ihr, ah Gott, gemacht habt, damit es wieder funktioniert. Weil, ich habe es jetzt wirklich nochmal deinstalliert und nochmal neu installiert. Aber es funktioniert einfach nicht. Es ist einfach, es will einfach nicht funktionieren. Ich weiß nicht, wieso. Es hat einfach keinen Bock auf mich, habe ich das Gefühl. Es hat einfach keinen Bock auf mich. So, du Nerd. Oh, oh, da ist noch einer heiß auf mich. Da ist ja noch einer heiß auf mich. Ja, leck mich fett. Und erst mal gerade hier gucken. Ey, ihr werdet direkt da vorne instant angegriffen. Und erst mal hier schön, ja, schön, schön, den Überschwang. Ja, nice. Ja, gibt's mir hart. Aber erst mal uns wieder ein bisschen hier. Und ich höre nur... Und da und da und da und da und die und da und da. So, gucken wir weiter. Da, fuck. Ach, jetzt ist der Fels im Weg. Ja, gibt's denn das? Ah, ja. Da ist doch gut hier. Da ist es doch gut, ne? Ah, da... Oh, das ist gar nicht gut, Alter. Oh, Mage ist weg. Oh, Mage ist weg. Mage ist weg. Und ich gehe da nicht alleine rein. Ich habe keinen Bock direkt zu sterben. Da könnt ihr mich sowas von am Ahnung schlecken. Das glaubt ihr ja nicht. Oh, guter Mann. Lauf. Guter Mann. Wir sollten eigentlich auf die Flagge scheißen. Wir sollten uns mal sammeln hier. Was machen die alle in der Mitte? Sind die alle am... Klar, Flagge und so, ne? Aber, hm, wie der runterfliegt. Ha, habt ihr's gesehen? Da, fuck. Nerds. Was mache ich hier eigentlich? Ich hab selber keine Ahnung, was ich hier mache. Ich sehe nur im Chat wird der Hardcore geflamed. Und ich weiß nicht, was ich mache hier. Dumm in der Mitte zergen. Ja, das ist wirklich dumm. Ich habe keine Ahnung. Wir trauen uns einfach mal ein Duell mit den Nerds hier. Und ja, ich habe natürlich nichts für Ende gleich zum Start hier. Ja. Ja, what? Alter, wie Kammerberührung auf einmal nicht funktioniert hat bei dem scheiß Todesritter. Ich weiß auch nicht, was da los war. Ja, klar. Ja, gibst mir hart. Gibst mir hart. Junge, 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 Junge. Und ich sehe nur, wie sie alle da am Flamen sind direkt schon da dran sehen. Ey, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist genau wie ein Overwatch. Hat mal auch gestern jemanden. Boah, das hat mich so angekotzt. So, gestern in Hü zusammengezockt und oh, da spielt einer Hanso anstatt da irgendwie was, 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 was nimmt, was sinnvoll für diese Situation wäre. Ja, bleibt ihr bei Hamburg? Ja, ich habe ja drei Gold. 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 Ja, ich wollte nicht so switchen. So ähnlich fühlt sich das hier auch an. Weißt du? Solche Nerds dann, weißt du? So was, so ein dummes Gelaber von irgendwelchen random Kack-Nerds. Junge da, drag, 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 ass. Damn, Alter, Todesstoß, Alter, die hab's gegeben, ja. Damn. Oh, wer ist denn der Mage? Oder was auch immer. Das war ein Mage, ja. So, da haben wir den Mage-Turm, ja, endlich. Außer, da kommt so ein gammel Hino-Nerd-Dicker, der meint hier immer noch was reißen zu wollen. Aber der wird hart gepummelt und ist gestunnt und kann nichts tun, nichts, gar nichts. Da ist er instant down. Instant in this face, man. So, dann gehen wir mal weiter hier. Jetzt gucken wir mal. Jetzt haben wir Mage. Jetzt haben wir Mage und Trainer ist er auch noch unter unseren Fetischen. Und jetzt gucken wir mal hier. Oh, was haben wir hier? Ey, what? Ey, what? Was sind die Bloops? Ey, von wem sind die Bloops? Leute, ich hab keine Ahnung, von wem diese Bloops sind. Ich hab anscheinend wirklich zu lang, äh, so lang kein VWB mehr gezockt. Ich weiß nicht mehr, von wem die Bloops kommen. Ha! Ha! Nice, Mie. So, aber jetzt hier. Ey, ich hab gesagt, Fußficker. Ja, hier, ne? Bam, bam. Bam, bam. Da, Breg-Ass. Also, ich hab ich gerade schon fertig gemacht. Ich mach dich auch mal zweitens mal fertig. Nein, er hat mich betäubt. Die blöde Sau, er macht mich fertig. Nein, 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 nein. Ach, kammer. Boah, kammer, relativ insane. Naja, das war's auch. Steht er noch? Nee, er steht nicht. Er ist zu, zu weit oben. Ja. Okay. auf der anderen seite kommen wir erst wir haben die flagge ja nice cool man voll cool gar nicht mal so verkehrt die sind da hinten wo abgelenkt die horde ja da oben ja das ist guckt euch mal da oben ruinen das ist die ganze horde und warten eigentlich nur was wir gibt nur können wir uns dahinten hin sneaken und das heimlich erobern können wir das nicht wir werden es jetzt sehen es sei denn da oben ist ein schurke was ich eher glaube oder man weiß es nicht wir nehmen uns mal hier den boostie oh nein da kommt dieser fucking drecksticker er hat mich gesehen ja nur mit deiner fucking dreck kacke absolviert alles hier jetzt mache ich renn vor dir weg nein wir rennen weiter weg wir gucken dass wir hier irgendwie weg rennen von dem ja da ist ja klar ich bin so cool benutzen sieg mir nein nein kann man irgendwie die dämmische drecksau ja ja hätte man auch gesuppen nutzen können ja mich ja hätten wir machen können ne okay 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 es war ein versuch wert es war ein versuch wert mensch oh lauf bro lauf alter lauf er ist ein priest ey hätte ich meinen priest hier ich würde dich da zu uns direkt hinziehen na komm schon das dürft ihr nicht tun sie das nicht ja jetzt bin ich schon wieder geht das gebiet oder was auch immer hier allesamt gepummelt also so geht das auch nein wir werden hardcore hardcore generell ja scheiße man jordat die scheiß flagge amann money die ganze alle die ganzen alle sind da fast alle der anderen seite einfach warten dass alle am friedhof bis der gerätzt werden ei 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 ja liv sagen hallo jetzt aber man ja da todesstoß da ist auch noch da er glaubt er doch auch nicht aber er kann droppen und er ist gestorben er ist gestorben man ich habe schon wieder ich sehe es gerade etwas aus der leiste gezogen warum habe ich die scheiße nicht gesperrt also will ich sollte echt die scheißleisten sperren er hat mal spieler kreis knobi war okay knobi war ein kino wie ja lohrung aber ja hier gar nicht kommen sie alle wie ich einfach betäubt werde weiß ich komme dahin aber direkt insten betäubt das ist das was eigentlich immer ist bei mir so sehe ich meine kämpfer aus da jetzt hältst du mal die physische ja ach man hört auf mich weg zu blasen blase haben nein also was ist was ist ich finde was sie schon wieder muss überleben irgendwie scheiße man das sieht aber auch schlecht aus für uns wir brauchen diese scheiß flagge wir brauchen sie kommen schon ich glaube an euch ich glaube an euch nur jetzt kommt schon pick die flagge pick die flagge es sind so viele mittel aber wir dürfen auch wieder nicht match und trainer so offen lassen offen offen lassen nein das sieht ja es wird aus jetzt kommen wir ja ich habe ich gehört alle da du bleibst erstmal schön hier und nicht nie nein das sieht gut aus das sieht gut aus wo ist denn hier einer verdammt der emma fucking drecks was war es dämonenjäger was auf mir macht die scheiße nichts da ja ja er läuft er läuft geradewegs zum ziel da hinten ist er wird er es schaffen ohne schwer zu werden wird er es schaffen oder erwarten sie wollen einfach nur noch zergen genau jetzt ja das machen wir genau das machen hermann ja die fachsendige allerdings ein scheiß dreckiger ja kommen ok 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 was haben wir gereicht 37 todesstöße liste mittelfeld das geht ne und mittelfeld auch an der menschen es geht auch ja ich hoffe das bg hat euch gefallen falls ja hinterlasst mir ein like und wir sehen uns das nächste mal